So, du steckst jetzt wo? Ein Raum weiter. Ah, da, okay. So viele Konferenzräume hier. Äh, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ach doch. Ja, hier waren wir schon. Ja, eine Karte wäre hier wirklich praktisch. Ja genau, hier waren wir schon. Da ist einfach, wir müssen noch zum Auszug. Ist hier ist auch egal, wo wir lang gehen. Ja, eben. Äh, ich habe den Tal verlaufen. Egal, was soll's. Ne, habe ich gar nicht. War der richtige Weg. Okay. So, bin da, wer noch? Ich. Gut. Speichern? Ja. Aber erst drinnen. Die hätte ich hier schon besser setzen können. Ach, egal, was soll's. Willst du nicht speichern? Du solltest speichern. Ah, kannst du nicht selber auch speichern? Kann ich, aber das ist mehr Spielfluss unterbrechen, als wenn du das machst. Ja. Okay. Wo soll's denn hingehen? Technik oder Lager Shuttle? Das ist 1 und 3, ne? Ja. Äh, Lager klingt immer gut. Okay. Oder wir setzen uns, äh... Nein, wir gehen für 1 oder 3. Dann gehen wir zu Lager Shuttle. Das ist 1 oder 3? Das ist 3. Okay. Lager klingt immer nach Ausrüstung. Mhm. Und... nach Pause. Es lädt immer ne Weile. Bei mir hängt's auf 0. Oh, okay. Gut, dann Pause. Jo. Nachrichten darf ich wieder schneiden. Schön. Hi. Hi. Äh, ist jetzt doch die Technik geworden? Warum? Keine Ahnung. Ist jetzt doch die Technik geworden? Ja. Ich weiß aber auch echt nicht, was sein könnte. Hm. Hopla. Ja, wir warten... Einfach warten, bis der sich wieder... Die Pflanze sieht so ärmlich aus. Stock und 5 Blätter. Stimme, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Was? Hm. Ja, mach ich immer noch, wenn ich Kameras ausschalten muss. Gut, dann geht's sicher an. Munizieren. Ausdauerboost. Brauchst du das? Äh, kann nicht schaden. Ich hab ja Brownboost drin. Apropos, ich könnte neuer Batterie brauchen. Äh, ich hab zwei da. Nein, nein, so eine nicht. So ringt ist es nicht. Au. Von wo? Keine Ahnung. Ich guck mich um. Wird plötzlich von hinten erschossen. Tjo. Ja, ja. Geh mir den anderen Weg, genau. Okay. Äh. Oder ich dreh mich um 180 Grad, genau. Warum auch immer das tust? Mach nicht extra. Achso, Treppe. Medical. Medical ist immer gut. Hm. Oder auch nicht. Ja, der hat sich eine verbarikadiert. Hat aber auch nichts genutzt, wie es aussieht. Raumanzug. Uh. Kenn dich doch. Ja. Ja. Mein körperlicher Ausdauer und so weiter und... Rüstung wäre ganz gut, aber... ...Aberzug. Ja. Zum Thema, dass man die Waffen ja so nachgeschmissen kriegt, so ein klein wenig. Ja. Ach, ja. Ich hätte nämlich noch ne... ...noch ne pure Schrotflitte gefunden. ...die behalte ich auch erstmal, solange ich noch Platz im Inventar hab. Mhm. Oh, aber läuft doch. Oh, läuft gut. Noch ne Arm? Ja, gut. Die lauft nicht aus, die... Mhm. Ein illegaler Psionik-Verstärker, ja? Ja. Warum ist der illegal? Und warum gibt's den dann so oft? Ähm... ...weil wir auf dem Militärschiff sind. Die müssen sich um Legalität keine Sorgen machen. Right. Tja, ne? Automatikwaffen sind auch illegal. Kubert. Kubert. Ah, der schöne Geruch... Der schöne Geruch, vor allem. Schöne Geräusch der Wiederbelebung. Appropriate Überlegung. Ich habe einen, äh... Aktivierungsschlüssel. Ähm... Das lohnt sich hier momentan nicht. Okay. Wir warten auf eine richtig prekäre Situation, wie's so schön heißt. Okay. Also praktisch so eine. Ich hab mich erinnert. Bin aber gerade extra reingerannt, also... Glaub ich dir irgendwie nicht. Doch, ich bin da extra reingerannt. Wenn ich aufnehmen würde, würdest du das sehen. Ja, waren wir schon, okay. Wollen wir aber sicher gehen. Oh, halli hallo. Langsam nervt. Ich renne vor und egal, wo ich bin... Hafttot. Übrigens ist der Weg nicht weit. Pschu. Ja, QBRs haben jetzt so... Da dann. Ja. So direkt keinen Sinn, weil wir eh respawnen. Was wir Missingale Planer nicht tun würden. Okay. Je wenigstens weiß ich jetzt, wo die, wo die, ähm, Laserkanone ist. Ich muss mal rausgehen, wo die überhaupt steht. Oh. Tot? Nee. Ist tot, ja. Soll ich also mal? Nee, nee, ich hatte nur einen zweiten zum Glück. Okay. Okay. Da haben wir, die mich jetzt erfassen und eben nicht. Stange. Dead. Gut. Es wirkt schon wieder so dunkel. Irgendwie. Vor allem, weil es ist ja so ein riesiges Maschinengewehr, was an der Decke hängt da, ne? Jo. Die Spritze wäre für mich gut. Stärke, okay. Ja, ne? Stärke. Und du das Kartoffelpulver. In Flüssigform. Ja. Nebenbei? Lock. Ja. Oh, wir haben Leaks in der Fohlsupply zu dem Reaktor wieder. Es ist nicht ziemlich eine Woche, seit dem letzten Mal, dass wir sie repariert haben. Wir brauchen den generellen Überholung des Reaktors. Könntest du mir erzählen, wo die Gesundheit geht? Also, einen haben wir. Ja, die sind zu. Ja, und das ist Kolja. Und es klingelt. Moment. Ach, diese Unterbrechung immer. Ja. Nebenbei, die, ähm, soll ich deine Waffe auch nochmal gleich aufwärten ein bisschen? Das wäre sehr nett. Ja, nur eine von beiden. Nur eine? Ich würde... Ja, ich würde eigentlich immer nur die... Obwohl, du kannst die Munition ja nicht austauschen bei denen, ne? Nee, da gibt es keine Munition. Eben. Ähm, mal kurz gucken, wie viele Naniten habe ich denn? 121. Ja, gucken wir mal. Ich überleg mir schon, was ich mir für ein US-Update hole. Update, Upgrade, Upgrade. Mhm. Ne. Um die zu machen, muss ich noch ein bisschen besser werden. Okay. Da sind mir noch zu viele Knoten drin, das ist zu... ... zu... ... zu haakig. Hm. Tja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Eigentlich ja nicht. Ja doch. Weil ich... ... eigentlich nichts davon wirklich brauchen würde. Denk vielleicht, aber ansonsten... Hm. Ansonsten nimm das mit den Robotern. Um die Roboter auszunehmen. Das ist nämlich immer gut. Ja, so häufig sind die auch wieder nicht. Ja, aber die waren in meinen letzten beiden... ...durchläufen ziemlich praktisch. Gut, ja. Ich mein, ich werde die... ... ich werde die sonst auch nehmen, wenn wir ein drittes finden. Das würde ich dann nehmen. Problemlos. Also, so ist nicht. Nehmen wir was anderes. Du kannst... Ich nehme die Zweizei-Module. Ja. Also, da... ... Slots. So. Jo. Hinging core ist abgeschlossen. Hui. Deswegen ist fand ich das Lager nur gut... Also, hier ist gar nicht das Lager, das ist die Technik, ne? Ja, das Lager wird noch besser. Und die Stang... Oh, ein Recycler. Okay. Donuts! Militär-Standard-Donuts. Will ich Säge haben? Sieht unglaublich geil aus. Säge, hm? Ich... Ich krieg scheinlich erst einen EMP-Granaten. Das heißt, wir werden bald einen Granatenwerfer kriegen. Möglicherweise. Jo. Hallo. Dead. Du bist. So. Ich esse immerhin mal schnell die Donuts, ne? Kommt mir alles so bekannt vor. Hier waren wir schon mal hier. Nebenbei, was kann der Recycler? Über ein Abfallobjekt ziehen, um es in der Nieten zu ver... Geil! Ja. Dann nehme ich jetzt ab jetzt alles mit? Hm. Okay. Ach, alles. Moment. Ja, weil mir ist auch mal interessiert, ob man Pflanzen und Helme so umwandeln kann. Was war der Plan? Bin zwar alles so irgendwie, aber... Du bist voll ständig im Weg. Ah, Saft. Du stehst ständig im Weg. Ja. Ah, soviel dazu. Ach, du hast den EMP-Teil schon, oder? Nee. Jetzt machen wir keinen EMP-Schaden. Aber wenn ich hier was mal trotzdem mehr Schaden annehme. Obwohl, das ist auch so. Schon wieder fast halb leer. Oh, hallo, der ist der Kanone. Du mich auch. Weiß ich von keiner. Ja, die ist in Gang runter. Gut, ich bin doch gleich runtergehüpft. So ein bisschen waghalsig, ne? Äh, nein, nicht hier. Forschungssoftware Version 1. Liegt hier noch ein Kerl, sondern die hebe ich jetzt nicht auf. Das wäre nett. Wenn ich den nicht aufhebe, dann kriegst du den nämlich. Genau. Tja. Ehrlich. Der hat einfach die Leiter losgelassen. Hör mich, diese Teelkots und Kossen, die verdammt mir mal bekannt vor. Ich glaube, die hatten wir schon mal gehabt. Koppi-Pasta. Hast du das schon gekriegt? Zugriff war ich von Captain Deaver. Ich hab was gekriegt. Die, ähm, das Modul ja, ne? Ich hab schon, ja. Ich wollte mich da hochgehen, ich bin da oben verreckt. Deswegen geh ich jetzt nochmal hoch. Ich glaube, das sind Energieleitungen. Das hier oben sind, ähm... Ich will das einfach nur so quer streben. Das da oben drauf sind Raketen. Achso. Erschüttert. Ich hab da oben jetzt nicht wirklich was drauf, also... Gehen wir. Jo. Ich hab aber noch was, was ich dir geben wollte, also... Also, beziehungsweise geh du und ich bin schon da. Wo da? Am Aufzug. Wo du auch noch hin wolltest. Wer hat gesagt, dass wir zum Aufzug wollen? Ich fahr noch nicht überall. Okay. Du warst ja anscheinend schon in diesem Einraum, in dem ich nie war. Jo. Boah, ich bin hier wirklich super frei. Oh ja, das ist ein Eckweg. Ach, also so ein Escape-Haut eigentlich, ne? Au. Ja, Energiewaffen sind's wirklich nicht wert im Spiel. Ich will nämlich da an dieser Kanone vorbei, weil da noch Kisten stehen. Weißt du? Ich bin jetzt auch gerade gestorben, also... Mhm. Hi. Hi. Und sieh mal einer an. Jo. Und wieder fabulöser 1HP. Jo. Macht trotzdem bei 11 auch One-Hit. Oh je. Werden wir es in Single-Planet-Durchspielen, wir kämen absolut nicht voran. Alter, ich hab doch... Ich dachte, ihr werdet... Gut. Die Schräge ist sehr rutschig. Hast du dich schon kaputtgekriegt, oder noch nicht? Noch nicht, nein. Weil ich auf dieser... Schräge in die Reichweite-Werkelung geschlittert bin. Okay. Äh... Kleipersonne für dich. Und noch mehr Raketen. Gut, geh durch hier hoch. Ich geh auf der anderen Seite hoch. Ich kann gar nicht sagen, welche Systeme wir immer noch über Kontrolle haben. In theory, we can evade Shodan and stop the engines by deactivating the fuelsupply and then the engine core. In theory, and only if Shodan hasn't already changed the access codes. Wunder hat mich sowieso, dass sie das nicht macht. Plunk. Gut. Also jetzt... Andere Seite. Ja, das ist nicht die andere Seite. Oh. Und wo? Er hat eine Waffe, der hat auf dich geschossen. Dachte ich mir, aber ich wusste nicht, wo er steht. Direkt vor dir. Echt? Okay. Chemical Storeroom. Das kommt mir immer noch alles so verdammt bekannt vor. Chemie-Lock kannst du jetzt auch machen, wenn du willst. Jo. Mich wundert's nur gerade, was ich da bei K gesehen hab. Buch. Was denn? Ähm. Winkel. Und Koordinaten. Ähm. Großes Regen... Regenzen, Klaus? Schon mal für die... für die Wurmenwaffen wieder, oder sowas? Äh, ich glaub, den nehm ich nicht, nee. Zumal ich bezweifle, dass wir die Wurmenwaffe bekommen, weil wir diesmal anscheinend wirklich nur mit Schode ein Problem haben. Und nicht mit der Masse. Kommst du? Ich versuch grad, den Recycler zu verwenden, aber es geht nicht. Ich kann ihn nicht mit dem Reagenzgas verwenden. Okay. Weil es anscheinend kein Abfallobjekt ist, sondern, naja, Munition. Wir sind auch keine ab... ich suche immer noch mal Abfallobjekt. Achso. Also? Ich glaube, der... ... mit den wirklich Nullnützlichen gemeint. Wo bist du gerade? Hinter dir. Achso, wie einfach komplett verschwindest teilweise. Wo wollten wir jetzt hin? Na erinnung. Ja, auf die andere Seite, ne? Ah ja. Weil ich weiß alles. Und jetzt gleich nochmal von der Kone perforieren lassen. Tada! Ich dachte, ich habe es im nächsten Raum. Oh je. Fuck. Ich hab... ich hab verschossen. Boah. Nein.